Hit Radio FFH. Anke's Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne auswuchten. Hast du die Pillenausgabe geschwinzt? In Anke's Tanke kannst du dir doch neuerdings die Sommerschleppchen drauf machen lassen. Wie findest du meinen neuen Werbespot? Ruf mich an. Lass es dir von reifen Frauen machen. Hier wird an der Mutter rumgeschraubt, bis die Kiste wackelt. Ruf mich an. Ich hätte einen besseren Slogan. Ach ja? Eine Frau wechselt ihre Reifen, da sind sie platt. Nennen. Einmal die Vier und das Biermixgetränk des Tages. Hä? Sommerradler? Ist was? Momentchen mal bitte. Stefan, weißt du, ob man platte Reifen mit nem Vibrator reparieren kann? Wie bitte? In der neuen Brigitte steht, wenn die Luft raus ist, hilft Sexspielzeug. Also, Ganzjahresreifen verschleißen übrigens schneller, da ihre Gummimischung und Profilstruktur ganz unterschiedlichen Anforderungen genügen muss. Orangen sind ja auch am Ganzjahresreifen. Die Gefahr, dass man durchdreht, ist ja extrem hoch. Bei den Ganzjahresreifen? Nee, wenn man dir weiter zuhört. Macht 59 Euro, sammeln Sie Goodyear-Punkte, haben Sie eine Kontinentalkart oder sind Sie im Michelin-Männchen-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Anke's Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.